Well, that's convenient. Und quasi zum ersten Mal passiert ist. Es sind auch ein paar andere Dinge passiert. Das heißt, das Ganze startet zu einer Zeit, zu der ist Gangplank noch der Herrscher von Bilgewasser und Twisted Fate und Graves können sich nicht sonderlich gut leiden. Von daher, ihr werdet auf jeden Fall sehen, in welche Richtung es geht. Es ist ein Dreiteiler plus Epilog, aber ich werde wahrscheinlich den Epilog, wenn es dann soweit ist, einfach an den dritten Teil anhängen. Das werden wir dann aber genauer sehen, wenn es denn soweit ist. Aber ich würde sagen, lassen wir das vorgeplänkeln und springen einfach direkt in die Geschichte. Viel Spaß! Gezeitenbrand von Scott Hawks, George Christich, Anthony Reynolds und John O'Brien Akt 1, Teil 1 Der Schlachterhafen, der Job, ein alter Freund Der Schlachterhafen des Rattenviertels. Er riecht genauso übel, wie der Name vermuten lässt. Und trotzdem bin ich hier, verstecke mich in den Schatten und atme den blut- und gallegeschwängerten Gestank geschlachteter Seeschlangen ein. Ich verschmelze noch mehr mit der Finsternis und ziehe die Hutkrempetief in mein Gesicht, als schwer bewaffnete Mitglieder der Widerhaken an mir vorüber patrouillieren. Den Jungs wird eine gewisse Brutalität nachgesagt. In einem fairen Kampf würden sie mich wohl erledigen. Aber ich habe es nicht so mit der Fairness und ich bin noch nicht zum Kämpfen hergekommen. Nicht dieses Mal. Was bringt mich also hierher, in einen der schmutzigsten Bezirke in Bilgewasser? Geld. Was sonst? Es war ein Wagnis, diesen Job anzunehmen, doch die Bezahlung ist so hoch, dass ich mir das Unmögliche entgehen lassen kann. Außerdem habe ich diesen Ort in Augenschein genommen, damit die Karten in meinem Sinne gemischt sind. Hab auch gar nicht die Absicht, lang zu bleiben. Ich will so schnell wie es geht rein und wieder raus. Sobald der Job erledigt ist, hole ich mir meine Bezahlung ab und bin weg, bevor der Morgen graut. Wenn alles glatt läuft, bin ich schon auf halbem Wege nach Valoran, bevor jemand bemerkt, dass das verdammte Ding verschwunden ist. Die Schläger biegen um die Ecke der riesigen Schlachthalle. Bedeutet, ich habe zwei Minuten, bis sie wieder rum sind. Jede Menge Zeit. Der silberne Mond schiebt sich hinter eine Wolkenwand und hüllt den Kai in Schatten. Von der Arbeit am Vortag sind zahlreiche Kisten im Hafenbereich zurückgeblieben. Sie geben eine perfekte Deckung ab. Ich kann Wachtposten auf dem Hauptlagerhaus ausmachen. Dunkle Schemen, die mit Armbrüsten bewaffnet Wache schieben. Sie tratschen lautstark wie Fischweiber. Ich könnte mit Glöckchen an den Stiefeln herumlaufen und diese Idioten würden mich immer noch nicht hören. Sie glauben, niemand wäre dumm genug, hierher zu kommen. Ein aufgedunsener Leichnam hängt über mir. Eine Warnung, die alle sehen sollen. Er dreht sich langsam in der mitternächtlichen Brise, die vom Hafen herüberweht. Ein widerwärtiger Anblick. Ein riesiger Haken, wie man ihn für den Barschfang einsetzt, hält den Körper in der Höhe. Ich mache einen großen Schritt über die verrosteten Ketten, die achtlos auf dem nassen Stein liegen gelassen wurden, während ich zwischen zwei riesigen Kränen hindurchgehe. Mit ihnen werden gigantische Seekreaturen in die Schlachthalle gehievt, damit sie dort zerlegt werden können. Diese gewaltigen Fabriken sind der Quell dieses gottverdammten Gestanks, der hier alles durchdringt. Ich werde mich komplett neu einkleiden müssen, sobald das hier vorbei ist. Draußen vor der Bucht hinter dem von Ködern übersäten Wasser des Schlachterhafens liegen unzählige Schiffe vor Anker. Ihre Laternen wiegen sich sanft im Wind. Eines der Schiffe erregt meine Aufmerksamkeit. Eine gewaltige Kriegsgaleone mit schwarzen Segeln. Ich weiß, wessen Schiff das ist. Jeder in Bilgewasser weiß das. Ich grinse einen Moment lang in mich hinein. Ich bin drauf und dran, den mächtigsten Mann der Stadt zu bestehlen. Es verschafft mir immer einen gewissen Nervenkitzel, dem Tod ins Gesicht zu spucken. Wie erwartet ist das Hauptlagerhaus besser bewacht als die Jungfräulichkeit einer Adelsdame. An jedem Eingang sind Wachen postiert. Die Tore sind verriegelt und verrammelt. Für jeden außer mir wäre es unmöglich, dort einzubrechen. Ich ducke mich in eine schmale Straße gegenüber dem Lagerhaus. Es ist eine Sackgasse und sie ist nicht so dunkel, wie ich es gern gehabt hätte. Sollte ich noch hier sein, wenn die Patrouille zurückkehrt, werden sie mich sehen. Und wenn sie mich zu fassen kriegen, ist ein schneller Tod noch das Beste, worauf ich hoffen kann. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass man mich zu ihm bringen würde. Und das wäre eine um einiges schmerzhaftere Alternative. Der Trick ist, wie so häufig, sich nicht erwischen zu lassen. Dann höre ich sie. Die Raufbolde kehren früh zurück. Mir bleiben bestenfalls Sekunden. Ich ziehe eine Karte aus meinem Ärmel und lasse sie durch meine Finger gleiten. Die Bewegung ist so selbstverständlich wie Atmen. Dies ist der leichte Teil. Bei dem Rest darf ich nichts überstürzen. Ich lasse meinen Geist treiben, während die Karte anfängt zu glühen. Um mich herum vergrößert sich der Druck und das Versprechen des Überall überwältigt mich beinahe. Mit halbgeschlossenen Augen konzentriere ich mich und mache mir ein Bild von dem Ort, an dem ich sein will. Dann ist da dieses vertraute Schwindelgefühl in der Magengegend, als ich hinüber wechsle. Eine Verschiebung der Luft und ich befinde mich im Inneren des Lagerhauses. Nahezu spurlos verschwunden. Verdammt bin ich gut. Einer der Widerhaken mag die Gasse hochschauen und eine einzelne Spielkarte bemerken, die zu Boden fällt, ist aber eher unwahrscheinlich. Es dauert einen Augenblick, bis ich mich zurechtfinde. Gedämpftes Licht dringt von den Laternen vor dem Gebäude durch die Schlitze in den Wänden. Meine Augen gewöhnen sich an das Dämmerlicht. Das Lagerhaus ist vollgestopft mit Schätzen aus allen zwölf Seen, blankpolierte Rüstungen, exotische Kunstwerke und schimmernde Seide. Alles Dinge von nicht unbeträchtlichem Wert, doch nicht das, weshalb ich hier bin. Meine Aufmerksamkeit ist auf die Ladezone im Vorderteil des Lagerhauses gerichtet, wo, wie ich weiß, die neuesten Eingänge aufbewahrt werden. Ich fahre mit den Fingerspitzen über verschiedene Schachteln und Truhen, bis ich zu einer kleinen, hölzernen Schatulle komme. Ich kann die Macht, die aus ihrem Inneren strömt, fühlen. Das ist es, weshalb ich hier bin. Ich entriegele den Deckel. Meine Beute ist enthüllt. Ein Messer von vorzüglicher Kunstfertigkeit, das auf schwarzem Samt gebettet ist. Ich strecke meine Hand danach aus. Klack, klack. Ich erstarre. Dieser Klang ist unverkennbar. Noch bevor er spricht, weiß ich, wer im Dunkel hinter mir steht. T.F., sagt Graves, lange her. Akt 1, Teil 2 Warten, das Wiedersehen, Feuerwerk Ich bin schon seit Stunden hier. Manche Leute mögen sich langweilen, während sie so lange stillstehen. Doch meine Wut leistet mir Gesellschaft. Ich gehe hier nicht weg, bis die Rechnung beglichen ist. Lange nach Mitternacht taucht die Schlange endlich auf. Er erscheint plötzlich im Lagerhaus. Derselbe alte Trick. Ich entsichere meine Schrotflinte und bin bereit, ihm das Fell über die Ohren zu ziehen. Nachdem ich Jahre damit zugebracht habe, diesen verräterischen Hurensohn zu finden, steht er nun hier. Auf frischer Tat ertappt und direkt vor Destinys Lauf. T.F., sage ich. Lange her. Ich hatte mir bessere Worte für diesen Augenblick zurechtgelegt. Witzig, wie sie alle zum Fenster rausflogen, sobald ich ihn sah. Aber T.F.? Sein Gesicht zeigt keine Regung. Keine Angst. Kein Bedauern. Nicht einmal den Hauch von Überraschung. Nicht einmal, als er direkt in die geladene Waffe schaut. Verflucht soll er sein. Malcolm, wie lange hast du da schon gestanden? fragt er mit einem Lächeln in seiner Stimme, das mich zur Weißglut treibt. Ich ziele. Ich könnte den Abzug drücken und ihn zu den Fischen schicken. Ich sollte es. Aber noch nicht. Ich will, dass er es sagt. Weshalb hast du es getan? Frage ich und weiß nur zu gut, dass er irgendetwas Schlaues erwidern wird. Ist die Knarre wirklich nötig? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde. Der Bastard will mich verspotten. Jetzt will ich ihm nur noch seinen selbstgefälligen Kopf vom Hals reißen. Aber ich muss mich am Riemen reißen. Adrett wie eh und je, sagt er. Ich schaue auf die Barschbisse in meinen Kleidern. Ich musste schwimmen, um an den Wachen vorbeizukommen. Seitdem er auch nur etwas Geld verdiente, achtet TF penibel auf sein äußeres Erscheinungsbild. Ich kann es kaum erwarten, ihm die Garderobe zu ruinieren. Aber vorher will ich antworten. Sag mir, weshalb du mich zurückgelassen und für uns beide bluten lassen hast, oder sie werden die Einzelteile deines hübschen Gesichts aus den Dachsparren pflücken müssen. So muss man mit TF verfahren. Wenn man ihm Spielraum lässt, zieht er die Fäden und du weißt am Ende nicht mehr, wo hinten und vorn ist. Als wir noch Partner waren, war es sehr praktisch, dass er so aalglatt sein kann. Zehn verdammte Jahre im Schließfach. Ach, weißt du, was das mit einem Mann macht? Das weiß er nicht. Ausnahmsweise hat er mal nichts Putziges zu sagen. Er weiß, dass er mir Unrecht getan hat. Die haben mir Dinge angetan, die die meisten Männer in den Wahnsinn getrieben hätten. Alles, was mich davor bewahrt hat, zu brechen, war meine Wut. Und der Gedanke an genau diesen Moment hier. Und dann kommt die pfiffige Antwort. Klingt, als hätte ich dich am Leben gehalten. Vielleicht solltest du mir danken. Das trifft einen Nerv bei mir. Ich bin so außer mir, dass ich kaum klar sehen kann. Er versucht, mich zu provozieren. Und wenn ich dann vor Zorn blind bin, wird er den Trick mit dem Verschwinden abziehen. Ich atme tief durch und lasse den Köder unangetastet. Er ist überrascht, dass ich nicht anbeiße. Dieses Mal bekomme ich meine Antworten. Wie viel haben sie dir dafür bezahlt, dass du mich auslieferst, knurre ich. TF steht lächelnd da und versucht, sich Zeit zu verschaffen. Merke, mich würde diese Unterhaltung liebend gern mit dir führen, doch dies ist kein guter Zeitpunkt und auch kein guter Ort dafür. Fast schon zu spät bemerke ich, wie die Karte durch seine Finger tänzelt. Ich beende die Sache und drücke den Abzug. Peng! Seine Karte ist weg. Hab ihm dazu fast die verdammte Hand weggeschossen. Idiot! Blafft er. Endlich habe ich ihn aus der Fassung gebracht. Du hast gerade die ganze verfluchte Insel aufgeweckt. Du weißt, wessen Lagerhaus das ist. Kümmert mich nicht. Ich bereite einen zweiten Schuss vor. Ich sehe kaum, wie sich seine Hände bewegen. Dann explodieren Karten rings um mich herum. Ich schieße zurück und bin nicht sicher, ob ich ihn tot oder nur fast tot sehen will. Bevor ich ihn in all dem Rauch, der Wut und dem splitternden Holz ausmachen kann, wird eine Tür aufgetreten. Ein Dutzend Schläger stürmen herein und machen das durcheinander perfekt. Du willst das also wirklich tun? fragt TF und ist bereit, mich mit einer weiteren Handvoll Karten zu bewerfen. Ich nicke und richte meine Waffe auf ihn. Es ist Zeit, abzurechnen. Akt 1 Teil 3 Joker-Alarm-Fingerfertigkeit Die Situation wird hässlich. Schnell. Das ganze verdammte Lagerhaus ist zum Bersten mit Widerhaken gefüllt. Doch Malcolm könnte das nicht weniger interessieren. Ich bin alles, wofür er sich interessiert. Ich spüre Graves nächsten Schuss kommen und winde mich heraus. Der Knall seiner Waffe ist ohrenbetäubend. Eine Kiste explodiert dort, wo ich den Bruchteil einer Sekunde zuvor gewesen bin. Ich glaube wirklich, mein alter Partner versucht mich zu töten. Mit einem Salto über einen Haufen Mammutgebeine schleudere ich drei Karten in seine Richtung. Bevor sie ihr Ziel erreichen, gehe ich bereits in Deckung und suche nach einem Ausweg. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Er flucht laut, doch die Karten werden ihn bestenfalls verlangsamen. Er war schon immer ein zäher Bastard und ein Sturkopf. Weiß nie, wann es Zeit ist, etwas gut sein zu lassen. Du kommst nicht weg, TF, knurrt er. Nicht dieses Mal. Jep, diesen Wesenszug hat er sich also bewahrt. Doch er irrt sich. Wie sonst auch. Ich werde mich aus dem Staub machen, sobald ich kann. Es hat überhaupt keinen Sinn, mit ihm zu reden, wenn er auf Blut aus ist. Eine weitere Explosion und schrapnellartige Querschläger von einer unbezahlbaren demassianischen Rüstung, die sich in Wände und Boden graben. Ich husche nach links und nach rechts, schlage Finden und Haken, sprinte von Deckung zu Deckung. Er bleibt an mir dran, brüllt mir Drohungen und Anschuldigungen entgegen, während die Schrotflinte in seiner Hand es ihm gleichtut. Graves bewegt sich schnell für einen großen Mann. Das hatte ich fast vergessen. Doch er ist nicht mein einziges Problem. Mit seiner Ballerei und dem Rumgebrülle hat der verdammte Narre in ein Wespennest gestochen. Die Widerhaken gehen geschlossen auf uns los, doch sie sind clever genug, ein paar Männer am Haupttor zurückzulassen, um dieses zu versperren. Ich muss hier weg. Aber ich gehe nicht ohne das, wofür ich gekommen bin. Ich habe Graves einmal um das gesamte Lagerhaus herumgeführt und komme nun einen kurzen Moment vor ihm wieder dort an, wo wir gestartet sind. Zwischen mir und meiner Beute sind Haken und es kommen immer noch mehr, doch ich habe keine Zeit zu warten. Die Karte in meiner Hand leuchtet rot auf und ich schleudere sie direkt auf das Lagerhaustor. Die Detonation katapultiert es aus seinen Angeln und zerstreut die Haken. Ich gehe rein. Einer von ihnen rappelt sich schneller wieder auf, als ich erwartet hatte und fuchtet mit einem Beil vor mir herum. Ich wirbele herum und trete ihm gegen das Knie, während ich seine Freunde mit einer weiteren Ladung Karten bedenke, damit die brav liegen bleiben. Jetzt, wo mein Weg sauber ist, lasse ich den reich verzierten Dolch mitgehen, den zu stehlen ich angeheuert wurde, und mache ihn mit einem Riemen an meinem Gürtel fest. Nach all dem Ärger kann ich mich ebenso gut auszahlen lassen. Das weit offen stehende Lagerhaustor winkt, doch da drängen zu viele verfluchte Haken rein. Da gibt es keinen Ausweg, also suche ich mir die einzige verbleibende ruhige Ecke in diesem Lagerhaus. Eine Karte tanzt in meiner Hand, während ich mich darauf vorbereite, hinüberzuwechseln, aber als ich schon beginne wegzutreiben, taucht Graves auf, der mich wie ein tollwütiger Bär verfolgt. Destiny bäumt sich in seinem Griff auf und schießt einen Widerhaken in Fetzen. Graves Blick ist auf die glühende Karte in meiner Hand gerichtet. Er weiß, was das bedeutet und schwenkt den rauchenden Lauf seiner Waffe auf mich. Ich bin gezwungen, mich zu bewegen, wodurch meine Konzentration gebrochen wird. Kannst nicht ewig davonrennen, blafft er mir hinterher. Ausnahmsweise ist er mal nicht dumm. Er gibt mir nicht die Zeit, die ich brauche. Er hält mich davon ab, mein Spielchen zu spielen und der Gedanke, von diesen Haken überwältigt zu werden, macht mir langsam Sorgen. Ihr Boss ist nicht für seine Gnade bekannt. Unter dem Dutzend weitere Gedanken, die in diesem Moment durch mein Hirn rattern, macht sich das Gefühl breit, dass mir eine Falle gestellt wurde. Wie aus dem Nichts wird mir ein einfacher Job zugespielt. Ein fetter Fisch, gerade als ich ihn am meisten brauche. Und tada, da steht mein alter Partner und wartet auf mich. Jemand, der um einiges gerissener ist als Graves, hält mich zum Narren. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Für meine Nachlässigkeit könnte ich mich selbst in den Hintern treten. Doch ein ganzer Kai voller Schlägertypen wartet nur darauf, mir die Mühe zu ersparen. Im Augenblick zählt nur hier verflucht nochmal wegzukommen. Zwei Schüsse aus Malcams vermalledeiter Knarre lassen mich weghuschen. Mein Rücken knallt gegen eine staubige Holztruhe. Ein Armbrustbolzen zischt in das verrottete Holz hinter mir, nur ein paar Zentimeter neben meinem Kopf. Kein Ausweg, Sonnenscheinchen, ruft Graves. Ich schaue mich um und sehe, wie sich das Feuer der Explosion langsam über das Dach ausbreitet. Er könnte recht haben. Wir wurden verraten, Graves, schreie ich. Damit müsstest du dich ja am besten auskennen, antwortet er. Ich versuche ihn zu überzeugen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir es hier rausschaffen. Ich muss ziemlich verzweifelt sein. Lieber sehe ich uns beide tot, als dir noch einmal zu vertrauen, knurrt er. Etwas anderes hatte ich auch nicht erwartet. Vernünftig mit ihm zu reden, macht ihn nur noch wütender. Was genau das ist, was ich brauche? Die Ablenkung verschafft mir gerade genügend Zeit, um mich aus dem Lagerhaus zu befördern. Ich kann Graves im Inneren brüllen hören. Zweifellos ist er gerade an meinem Fleck angekommen, um festzustellen, dass ich verschwunden bin, während eine einzelne Karte auf dem Boden ihn spöttisch anlacht. Ich werfe einen Kartenregen durch das Lagerhaustor hinter mir. Die Zeit für Fingerspitzengefühl ist längst vorbei. Einen Augenblick lang fühle ich mich schlecht, weil ich Graves in einem brennenden Gebäude zurücklasse, aber ich weiß, dass ihn das nicht umbringen wird. Dafür ist er viel zu dickköpfig. Außerdem ist ein Feuer im Hafen für eine Hafenstadt eine ernste Angelegenheit. Das könnte mir etwas Zeit verschaffen. Als ich nach dem schnellsten Weg aus dem Schlachthafen heraus Ausschau halte, lässt mich das Krachen einer Explosion über meine Schulter schauen. Graves tritt gerade durch ein Loch, das er in die Seitenwand des Lagerhauses geschossen hat, in seinen Augen die pure Mordlust. Ich tippe an meinen Hut und renne. Er folgt mir mit donnernder Kanone. Die Zielstrebigkeit dieses Mannes ist schon bewundernswert. Hoffentlich bringt sie mich heute Nacht nicht noch um. Akt 1, Teil 4 Schnitzereien, eine Lektion in Sachen Stärke, eine Nachricht Die Augen des jungen Bengels waren vor Panik weit aufgerissen, während er zum Quartier des Kapitäns geführt wurde. Die gequälten Schreie, die von der Tür am Ende des Ganges her drangen, ließen ihn noch mal nachdenken. Die Schreie, die durch die klaustrophobischen Decks dieses riesigen schwarzen Kriegsschiffes schallten, drangen an die Ohren jedes Crewmitglieds der Todesquell und dies durchaus gewollt. Der erste Mat, sein Gesicht ein Netz aus Narben, legte beruhigend eine Hand auf die Schulter des Jungen. Vor der Tür hielten sie an. Das Kind zuckte zusammen, als ein weiteres Wehklagen aus dem inneren Drang. Ruhig, Blut, sagte der erste Mat. Der Käpt'n wird hören wollen, was du zu sagen hast. Dann klopfte er energisch an die Tür. Einen Moment später wurde sie von einem ungeschlachten Kerl mit Gesichtstattoos und einer breiten, gekrümmten Klinge, die über seinen Rücken geschnallt war, geöffnet. Der Junge hörte die Worte, die zwischen den beiden Männern ausgetauscht wurden, nicht. Sein Blick war auf die stämmige Gestalt geheftet, die mit dem Rücken zu ihm saß. Er war ein großer Mann, der Kapitän, und etwa mittleren Alters. Sein Genick und seine Schultern waren dick und bullig, seine Ärmel waren hochgekrempelt und seine Unterarme blutbeschmiert. In der Nähe hing ein roter Wintermantel neben seinem schwarzen Dreispitz. Gangplank, flüsterte der Bengel mit vor Angst und Ehrfurcht gedämpfter Stimme. Käpt'n, ich schätze, du willst das hier hören, sagte der Mat. Gangplank sagte nichts und drehte sich auch nicht um, da er weiterhin auf seine Arbeit konzentriert war. Der narbenübersehte Seemann schubste den Jungen nach vorn. Er stolperte, bevor er wieder Halt fand und näher schlurfte. Das Kind ging auf den Kapitän der Todesquell zu, wie auf eine Felskante. Sein Atem beschleunigte sich, als er ungehindert auf die Arbeit des Kapitäns blicken konnte. Lachen blutigen Wassers sammelten sich auf Gangplanks Schreibtisch, dazwischen ein großes Spektrum an Messern, Haken und blitzende chirurgische Werkzeuge. Ein Mann lag mit Lederriemen festgeschnallt auf der Werkbank des Kapitäns. Nur sein Kopf war frei. In wilder Verzweiflung schaute er um sich, der Nacken angespannt, sein Gesicht schweißbedeckt. Der Blick des Jungen war unerbittlich auf das geschundene linke Bein des Mannes geheftet. Der Bengel stellte plötzlich fest, dass er sich nicht daran erinnern konnte, weshalb er hierher gekommen war. Gangplank wandte sich von seiner Arbeit ab, um den Besucher anzustarren. Seine Augen waren so kalt und tot wie die eines Hais. Er hielt in einer Hand eine schmale Klinge, die er grazil zwischen seinen Fingern ausbalancierte, als hielte er einen Farbpinsel. Sie ist eine aussterbende Kunstform, die Knochenschnitzerei, sagte Gangplank, während er sich wieder seiner Arbeit widmete. Nur wenige haben heutzutage noch die Geduld, Knochen zu schnitzen. Es braucht seine Zeit, siehst du. Jeder Ritzer dient einem Zweck. Irgendwie war der Mann immer noch am Leben, trotz der zerfetzten Wunde in seinem Bein, dessen Haut und Fleisch von seinem Oberschenkelknochen geschält wurden. Vor Entsetzen gelähmt sah der Junge die verschlungenen Verzierungen, die auf diesen Knochen eingeritzt waren, sich windende Tentakel und Wellen. Es war eine grazile Arbeit, wunderbar ebenmäßig. Das machte das Ganze sogar noch schrecklicher. Gangplanks lebende Leinwand schluchzte. Bitte, stöhnte er. Gangplank ignorierte das jämmerliche Flehen und setzte sein Messer erneut an. Er spritzte eine Tasse billigen Whiskys über seine Arbeit, um sie vom Blut zu befreien. Die Schreie des Mannes drohten, ihm die Kehle herauszureißen, bis er in gnädiger Bewusstlosigkeit zusammensackte und seine Augen nach hinten in seinen Kopf rollten. Gangplank grummelte angewidert. Denke immer daran, Junge, sagte Gangplank. Manchmal vergessen selbst die Treuesten, wo sie hingehören. Manchmal ist es notwendig, sie daran zu erinnern. Bei wahrer Macht dreht sich alles darum, wie die Leute dich sehen. Siehst du schwach aus und wenn auch nur für einen Moment bist du erledigt. Das Kind nickte mit bleichem Gesicht. Weck ihn auf, sagte Gangplank, während er auf das bewusstlose Mannschaftsmitglied zeigte. Die ganze Crew soll sein Lied hören. Als der Schiffsarzt vortrat, richtete Gangplank seinen Blick wieder auf das Kind. Also, sagte er, was wolltest du mir erzählen? Ein, ein Mann, sagte der Junge zögerlich. Ein Mann im Hafen, im Rattenviertel. Weiter, sagte Gangplank. Er gab sich Mühe, nicht von den Haken gesehen zu werden, aber ich habe ihn gesehen. Mhm, murmelte Gangplank, während sein Interesse bereits nachließ. Er wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Erzähl weiter, Bursche, drängte der erste Mat. Er spielte mit einem Deck ausgefallener Karten herum. Sie glühten ganz komisch. Gangplank stand von seinem Stuhl auf wie ein Riese, der sich aus den Tiefen erhebt. Sag mir, wo genau, sagte er. Der Ledergurt seines Halfters knarzte, als sein Griff fester wurde. Beim Lagerhaus, dem Großen, bei den Schuppen. Gangplanks Gesicht errötete vor Wut, während er seinen Wintermantel und seinen Hut vom Haken nahm. Seine Augen funkelten im Licht der Lampe rot. Nicht nur das Kind wich einen vorsichtigen Schritt zurück. Gebt dem Jungen eine Silberschlange und ein warmes Mal, befahl der Kapitän seinem ersten Mat, während er mit großen Schritten aus der Kabinentür schritt. Und sorge dafür, dass alle zum Hafen kommen. Wir haben da was zu erledigen. So, das war der erste Akt. In zwei Wochen geht's dann auch direkt mit dem zweiten weiter. Und ja, interessant, was wir so zu sehen bekommen haben. Zwei Ex-Lover, die sich jetzt gegenseitig umbringen wollen, beziehungsweise vor allem einer möchte den anderen umbringen, der andere möchte vor allem mit dem Leben davon kommen, was auch sehr verständlich ist, möchte ich meinen. Von daher, naja, ihr wisst, wie es aussieht. Und ja, es ist offiziell bestätigt für die, die immer noch meinen, nein, die beiden hatten nie was. Ganz im Ernst. Allein die Dynamik hier drin deutet schon so ein paar Sachen an. Ich sag nur Sonnenscheinchen. Und generell, wie Twisted Fate mit der Situation umgeht und die sehr starke emotionale Befangenheit von Graves. Ja, ich weiß, zu diesem Zeitpunkt war dem Management noch wichtig, dass das bloß nichts Eindeutiges war und dass die unter keinen Umständen ein homosexuelles Paar sein durften. Und das hat sich zum Glück jetzt letztens geändert. Also, ich bin da sehr, sehr froh drüber, weil es auch einfach eine coole Dynamik zwischen den beiden gibt. Und sind wir auch ehrlich, ich habe da mal einen schönen Spruch gehört, man kann eine gut geschriebene Romanze von einer gut geschriebenen Freundschaft eigentlich erst dann unterscheiden, wenn sie anfangen, rumzuknutschen. Das ist jetzt hier ein bisschen, naja. Man merkt, es ist so ein bisschen was an Andeutungen drin, dass die doch etwas vertrauter waren als einfach nur Geschäftspartner. Aber ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass man zumindest beim diesjährigen Pride-Event da etwas eindeutiger wurde, auch wenn es noch etwas länger dauert, bis wir bei dieser Geschichte ankommen. Weil ich gehe dir einfach nur chronologisch die Reihenfolge ihrer Veröffentlichung nach durch. Zumindest die, wo wir dann auch schon alle Champions haben. Aber gut, genug davon. Ansonsten haben wir Gangplank gesehen, der war doch ein bisschen speziell unterwegs. Also ich meine, Knochenschnitzerei kennt man, okay, aber am Oberschenkel eines Menschen, der noch lebt, ist doch ein bisschen sehr makaber. Da rollen sich einem schon mal so ein bisschen die Fußnägel hoch. Aber gut, wie etabliert man, dass ein Charakter gefährlich und grausam ist? Genau so. Also das ist sehr effektives Storytelling. Ansonsten gibt es natürlich noch andere Sachen, die da vermutlich bald in diese Geschichte reinspielen. Man könnte sich zum Beispiel fragen, wer hat denn Twisted Fate den Auftrag gegeben? Und werden sich TF und Graves nochmal zusammenraufen? Mal schauen. Aber insgesamt ist es gerade eine sehr interessante Dynamik und es könnte wohl noch einiges mehr passieren. Also dann, nächste Woche geht es vermutlich weiter mit Echo. Zumindest laut der Abstimmung, wie ich sie jetzt gerade eben angesehen habe, auch wenn sie noch ein bisschen läuft. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann, wie gesagt, bald wieder in zwei Wochen mit dem zweiten Teil. Bis dahin könnt ihr mich aber auch noch auf andere Weisen unterstützen. Das heißt, ihr könnt Däumchen dalassen, kommentieren, abonnieren, Glocke drücken. Ihr wisst, wie das Ganze auf YouTube abläuft. Und Engagement und so weiter. Und eigentlich sollte ich das wahrscheinlich auch vorher im Video schon machen. Aber ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ich mache das hier am Ende und fertig. Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mich direkter zu unterstützen, wenn man tatsächlich auf Kofi oder Patreon eine Spende dalassen will oder auf Bandcamp eine Sache kaufen möchte, die ich vor einer Ewigkeit mal aufgenommen habe, wo ich mir denke, das könnte ich heute besser. Aber gut, dieses Hörbuch gibt es tatsächlich auch auf meinem Kanal. Also ist nicht sonderlich schwierig zu finden. Ansonsten wäre es das, glaube ich, außer dass ihr natürlich auch gerne bei den wöchentlichen Dungeons & Dragons Streams vorbeischauen könnt. Also wir haben diese Woche jetzt angefangen mit Humblewood, beziehungsweise wir werden da jetzt anfangen aus meiner jetzigen Perspektive, aber aus eurer Perspektive habt ihr... Ach, egal. Es ist das Lustige, dieser Unterschied zwischen dem Aufnahmetag und dem Ausstrahlungstag. Und ja, es wird auf jeden Fall lustig, niedlich und teilweise auch ein bisschen seltsam und verstörend. Aber das ist so, wie D&D eigentlich immer abläuft. Falls also Leute mal Lust darauf haben, uns beim Pen & Paper Spielen zuzusehen, könnt ihr das dann machen. Und mit einem entsprechenden Patreon-Pledge könnt ihr auch tatsächlich gewissen Einfluss nehmen und zum Beispiel Encounter oder NPCs einbauen lassen. Aber gut, damit reicht es jetzt auch erstmal. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr Spaß hattet. Wir sehen uns dann entweder bei Echo, beim D&D-Stream oder in zwei Wochen beim zweiten Akt. Viel Spaß und macht's gut. Cheerio!